ja muss er jetzt wieder kommen jetzt einer weiteren Folge sind was mehr Spaß und mit dem lieben Scroll genau an der O und wir spielen dieses Mal Super-Sundead ja das kann lustig werden 300 Prozent direkt beim ersten Kick aus genau um das ist ein bisschen genau um wenn du nimmst du mal in der Stelle um das auf Münzen gestellt werden extrem schwul erstellen so gut wir sollten nicht die Jahre nach vorne ich würde sagen wir stellen zehn Leben einmal wer sonst so oder so direkt der ich weiß nicht genau uns bringt uns zu nehmen er 10 10 Dingen zehn Leben weil er sich in der Prozente und die noch immer eben ist raus Prozent nämlich die Nummer nämlich zum Sünder ja ich gebe den Tipp direkt nach die und drücken es gibt auch um die so ein Trick das nicht so voll verwandelt das ist ja vergessen schickt es einfach besser genau unter die die heutige what the fuck ist direkt rausgeflogen direkt rausgeflogen äh ja wir wollten heute eigentlich so ein bisschen über jetzt gerade so ein bisschen über AstroTV genau also was heißt AstroTV also AstroTV ist ähm wenn ihr jetzt mal guckt so diese Wahrheit so wahrseilende Fernsehsender genau und ähm da wo man halt immer so anrufen muss und dafür Geld zahlen muss also mal so richtig viel Geld ich komm nicht mal auf ein Leben klar irgendwie ich weiß nicht was kriegst man davon was hat man davon genau ich glaube dann sagen die dann irgendwie was über die Zukunft oder sonst was der Sinn legen Karten das geilste ich hab das mal gesehen er legt einfach irgendeinen scheiß labert irgendeinen Mist ja ja das ist die Karte von von Urik Halko sag ich jetzt mal keine Ahnung kennst du das doch aus dem Video das ist Lige von Urik Halkos egal ich hab das ganz früher gesehen auf jeden Fall ähm stehen die sich da hin und meint dann irgendein Mist von wegen ja die Wahrheit liegt da vor dir und keine Ahnung meine Karten sagen mir dass du drei Hämorrhoiden am Sack kriegst ja die Lachen und die Glauben ich verliere zu die Glauben das auch immer das ist lustige das heißt ich hab mich wissen so armseillig ich hatte an und glaubt den Schrott und das das kostet auch noch so richtig viel Geld Leute 70 Centimilu oder so vor allen Dingen ähm das soll ja nicht so Wahrheit Wahrheitssage oder ne was wir Wahrsage und so und man will natürlich durch viele Leute um halt einfach nur zu wissen oder zu testen und dass sie vielleicht rausbekommen was äh ziert und so hoffnungsding das ist ja nur noch ein hoffnungsding ich glaube von dir im Leben ne ja mach ich schon raus ne ich guck noch gar nicht raus aber ähm ich find's halt einfach so ein bisschen affig weil warum glaubt ihr glaubt man wirklich dass ähm solche Leute einem das sagen können weil die sitzen so im Fernsehen und Gott das fack ich glaub aus von dir im Leben die sitzen da irgendwie glauben dass sie irgendwie irgendwas behaupten können und ich mein angenommen die sagen dann irgendwas Negatives und es gibt Leute die nehmen sich so ein schrotze Herzen dann finde ich das scheiße wenn die sich da hinstellen können und praktisch ich weiß nicht so viel Einfluss haben auf Leute ich versteh's auch nicht wie Leute das machen ja du bist grad one on one ja ich bin fuck wir haben beide beide zwei Leben geklaut habe ich würd sagen wir machen noch ein bisschen abschließende Worte dazu ne wir können noch wir können noch mal aber wir können noch eine Runde machen eigentlich also ja wir haben noch drei Minuten das heißt nur wir haben noch Zeit machen wir mal CPU random hier ne ich nehme mal Pikachu ähm ich nehme mal äh ich finde die Link besser ähm Perfekt das sind die Mario und Bowser die besten Freunde ne ja die hassen sich glaube ich ein bisschen und ähm ja ich mein mal man kann natürlich an sowas eigentlich glauben wenn man möchte und so ne das ist ja jedem so das das Seine also wenn man komplett retarded ist kann man daran sicher glauben wenn man wirklich kommt wenn man eine komplette Faggot ist ne also wenn irgendwer von euch schon mal ähm sowas gemacht hat ja wenn ihr da angerufen habt schreibt das bitte mal in die Kommentare ich mich interessiert auch was die ich weiß nicht was die Leute so erlebt haben dabei ja viel zu schnell raus ne ja ne die Frage ist ja die warum rufen wir mal sowas an ich kann mir ein bisschen vorstellen da anzurufen um die Leute zu verarschen aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen ja aber dafür ist doch viel zu teuer um die Leute zu verarschen finde ich naja weil es sich leisten kann ne wenn du so richtig rich bist oder so kannst du boah ich verkacke so mega wenn du so richtig reich bist kannst du natürlich machen wenn du richtiger rich negro bist negro richtiger rich guy dann gönn dir das halt mal so die zu verarschen aber keine Ahnung ich muss sagen Leute die das ernsthaft glauben tut mir leid Leute aber die haben so ein bisschen den Schuss nicht gehört weil vor allen Dingen warum wenn das wenn das wirklich klappen würde warum würde es nicht jeder machen oder warum würden man verstehst du das ja warum machen das dann nicht Politiker und denken sich ey Digger werde ich gewählt ey komm schon das musst du mir jetzt dringend sagen AstroTV da AstroTV da AstroTV da du willst dich das du willst dich nur mein Geld klauen nein ja kennst du die die um drei Wochen und immer irgendwo sitzt hey Schwärmer Schätzelei mit ihr mit ihr Dekoté halt auf dem Tisch hängt mit ihren mit den ranzigen Vorlandtitten mit den Vorlandtitten die so richtig die Mütter sind genau wie sie sind ah Schätzelei kannst du mir glauben nur 7667 wir haben gewonnen okay das ist glaube ich mal was anderes glaube ich nämlich auch okay eine geht sogar noch weil wir sind nicht erstmal suchen das furchtbarste ist ja dass man sich solche Teilkombinationen wenn man die einmal gehört hat irgendwie merkt irgendwie schon und vor allem jetzt passiert wenn man einfach mal so doch er hat geglaubt ...com ja das ist so n soll er hat es geglaubt ich stehe da einfach drauf vor allem ja ich würde auch nicht Leute verurteilen natürlich kann jeder nur glauben wasig ... was er möchte Religionble nur, ähm, ich finde man so ein bisschen, den klaren Menschenverstand muss man einfach haben, dass man weiß, dass man weiß, dass das einfach nicht sein kann. Weil sonst würden es aber viel mehr Leute machen. Sonst würden das, wie gesagt, Politiker das beste Beispiel. Ich meine, die würden sich dann auch denken, ey, komm schon, lohnt sich das jetzt hier überhaupt zur Wahl anzutreten oder so? Oder ist das jetzt Zeitverschmutzung? Macht ihr da oben? Unsere 5%, da hätte die FDP das sicher gemacht. Die, also die FDP, die kommt natürlich immer wieder in die Parlamente und so. Naja, mit ihren 3% jetzt. Ja, schlechter als andere Parteien. Kennst du die Partei, die Partei? Das ist so lustig, hast du das mitbekommen, dass die jetzt irgendwie jeden Monat ihren Sinn zu ändern wollen, damit die abklassieren können? Das ist ja eine Parodie, ne? Das ist eigentlich ganz lustig, weil, ähm, damit kannst du halt mal wirklich sagen, wie das wirklich bei uns abläuft hier, ne? Boah, wir haben gerade beide gleichzeitig rausgehauen, ne? Wenn sie richtig gerade gegeben. Ich meine jetzt, jetzt umsichern zwar mit den Donner, aber... Komm schon. Siehst du, den mach ich die ganze Zeit schon mit Pikachu, hier ist es so ein verter Move und der trifft fast immer, wenn der Computer sich die mir so demig anstellt, den kann... Nein, der hat mich sogar noch rausgehauen. Ich hab noch mehr Leben als du gerade noch. Ich kann mir gleich viel leben. Macht zwar ziemlich auf dasselbe gerade, aber ich mal, das wirkt... Okay, jetzt müssen wir... vielleicht in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet. Ja, genau, ob ihr mal angerufen habt oder so, wie die reagiert haben. Falls... Genau, in der nächsten Folge haben wir... äh, das Spiel... äh, haben wir das Spiel... ähm, haben wir das Spiel Giant Melee. Und dann würde ich sagen, gleich kurz zuschauen, Leute. Und... Bis zum nächsten Mal und ciao. Wir hören uns. Tschüss.